Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich sehe für Sie, nur für Sie, für alle Frauen, eine Zelebrierung an der weiblichen Geschlecht, meine Offenbarung an die starke Frau auf der ganzen Welt. Und bitte nicht, nicht zu sehr auf meinen Stürmer, das ist nur Special Effect. Dieser Schnurrbart, immer wieder. Bist du aus meiner Ecke? Das klingt so, du kommst doch auch aus dem... Da dann nicht lachen zu dürfen, das ist so nicht okay, das ist so, als wären so beide Gehirnhälften in der Lifttür eingeklemmt und man denkt sich so, ah, nimmt bitte jemand das Gehirn aus der Lifttür. Oh, es hört nicht auf. Geiles Ding, Alter, das will ich auch haben. Höchstlich! 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 Höchst